ja ich glaube es funktioniert schon so jetzt was ich schon mitgekriegt habe es dauert immer bis es scharf ist ja also schönen guten morgen ich habe mir vorgenommen ich mache eine live video challenge 12 tage lang über das thema wie bringst du deine beziehung zum blühen die frage ist warum wie komme ich auf diese idee in meinen beratungssituationen erlebe ich immer ganz ähnliche probleme konflikte wo die leute irgendwie den mut verlieren inklusive mir also ich bin ich nenne mich dumm die streitexpertin weil ich das so super gut bin im streiten und im rechthaben und in allem und ich möchte euch jetzt gerne den weg zeigen wie man aus diesem ganzen gewirks und gemirks manchmal einfach rauskommt nur indem man schon weiß um was es geht was dahinter steckt und so weiter ich fange mal gleich folge eins heute rosa rote brille versus realitätsbrille also die geschichte ist die menschen lernen sich kennen dann möglicherweise verlieben sie sich und dann ist alles rosa rot es ist der schönste mensch der netteste der einfühlsamste es ist einfach alles genial super wunderbar eines tages meistens nach drei monaten sechs monaten ein oder zwei jahren also meistens spätestens nach zwei jahren büggst du dich irgendwie blöd und dann fällt dir die rosa rote brille runter und dann könnte man natürlich sagen ob sie ist runtergefallen setze ich sie wieder auf das problem ist du kannst sie nicht mehr aufsetzen weil du hast die realität schon gesehen und jetzt sind wir mal das als die realitätsbrille und wenn man die realität auf einmal sieht ist es manchmal wie ein schock man denkt sich hat er mich nur angelogen hat er der hat ja nur so damals wäre schön oder umgekehrt wenn wenn du ein mann bist hat die nur so getan als wäre sie einfühlsam im grunde genommen denkt die nur an sich ja jetzt bist du einmal beschäftigt mit dem schock und in dieser realität fangen dann die meisten an mit dem machtkampf also im imago nennt man das machtkampf im efc emotional focusing therapy von der susan johnson die nennt das teufelsdialog und wissen dass dann los geht dann geht es los dass man sich gegenseitig zu beweisen versucht dass der andere der depp ist weil einer muss der depp sein wir sind ja beide unterschiedlicher meinung und einer muss der depp sein das ist fix und ich sicher nicht also wird man immer sagen das stimmt nicht das heißt du hast mich nicht gehört du hast es falsch gesagt also irgendwas ist immer verkehrt und das spiel heißt du bist der depp nicht ich ja und jetzt ist die frage wie kommt man aus diesem machtkampf wieder heraus wie kommt man in eine wertschätzende alt miteinander und auch mit sich selbst und das kann man jetzt dann anwenden mit den kindern mit der ursprungsfamilie mit freunden wenn es ein konflikt gibt und so weiter und so fort ich möchte aber wirklich gern euch in kurzen losen sonst laber ich wieder so lang darum sage ich morgen geht es weiter mit dem ersten ding wie man das lösen kann danke dass ihr dabei war schönen samstag